oh nein aller das ist ja ein bomber ist das ja ich glaube ich sterbe ich glaube ich sterbe ja überall ist gerade besser als da das ist noch ein harmloses Stil na ich will den Schmanz haben dann versteck dich so lange super der Ratjan ja ach du kacke ey ja ne ja ne ich will aber so vorderen Ratjan Stachel plus Ratjan Stachel plus ich habe den Gillis-Hut an und alle ich bin gerade an diesem Monat vorbei ne ich schwöre dir ne hätt ich jetzt ein energy getrunken würde ich jetzt ein Herz verkriegen äh hast du nicht festbekommen wo du einen Lebensmantel bekommst den Lebensmantel hab ich schon gekriegt warum wirst du den aus damit bist du für ne kurze Zeit äh ungesinbar echt krass kriegst du überhaupt keinen Schaden vom Fücher was denkst du was ich die meiste Zeit ausgerüstet hab das ist dieses Teil Gold gerade wenn wir mit schlechten Rüstungen rumlaufen das ist dieses Teil Gold das ist dieses Teil Gold das ist dieses Teil Gold ich hab auch nicht gedacht dass es rumpelt dazu ich glaube noch nicht dass es rumpelt da wird noch was dauert noch was dauert noch was ich werde dich auch wieder mal aufladen ich bin mir erstmal aufladen ich bin mir noch eins ich bin mir schon die Winter ich bin mir bother ich bin mir noch ich bin mir gekommen ich bin mir noch oh nein hier Lukas, komm mal hier hin wo bist du denn? da siehst du diese Spuren? bei mir sind da gerade keine Spuren ok, bei mir sind das Spuren gewesen ok, bei mir ist da nichts das waren rote Haare rote Haare? rote Haare, Lukas schnell weg hier ja, ich schwöre es das waren rote Haare von ja, sagen wir mal von den Drachen, der Ältesten möchte ich das wissen? alte Fragezeichen, Ratchen, Kerbe, Sekunde hier geht die Fährte des mysteriösen Monsters weiter wir machen das gut bist du bei der Ratchen? ja ok ja, ich bin der Oh nein! Was ist? Mistvieh ist wieder da Weiß aber woanders No Ja Wohin fliegt sie? Das sind bei mir tatsächlich unere Spuren als bei dir So vorne ist sie Ja du bist ja auch ein bisschen weiter als ich Ja Oh ich muss auch geschärfen Mach das mal Weil hier waren ja eben noch Spuren Vielleicht finde ich ja noch was Und was hältst du davon wenn wir uns erstmal in die Wüstung von der Razzia nicht haben? Ja Ich will die Rüstung von der gar nicht Du wärst da Wenn wir da ein bisschen geschützt sind Ja die Rattalos Rüstung ist noch stärker oder? Das kann doch jetzt nicht wahr sein Nein Nein Da oben ja Naja Ich will die Rüstung von der Kacke die will ich nicht Können sie gerne irgendwo in eine andere Rüstung zusammen fahren Oh Oh es sind neue Optionale Oh Quests verfügbar Lass mal gucken Neue Optionale Quests sind verfügbar Oh Gott Oh Ja Okay Partner Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden Ah Das ist ein Bild Du kannst dich auf eine Expedition oder eine optionale Quest begeben Für deine Wahl Oh Oh Okay Welche Rüstung würde denn in Frage kommen? Welche Rüstung würde denn in Frage kommen? Gute Frage Nächste Frage Eine Rüstung muss ja erstmal hier geschützt werden Mal gucken Weil ab der Jäger Rüstung ist alles besser Besser Wie habt ihr Jäger Rüstung? Ja Also Ketten Das Ketten Set Bei Ähm Hochrang Ne Okay Also ist Leder Und Ketten schlechter Wie viel hat unser Rathalos? Ähm Meiner hat Oder meinst du die äh Die Rati haben oder was war's jetzt? Ne unsere, unsere, die Rathalos, musst du mich für Verteidigung die hat Und wer 30 Hä? Ja Warum sag ich das ja? Gut, ich hab mit der Rüstung jetzt, zum Beispiel, habe ich das Meister ja jetzt gemacht Ja Bis zum Naja, äh Wie ging das jetzt, ne? Was hast du denn für eine Rüstung? Die Rathalos Die ist doch Die ist auch an erster Okay Aber ich glaube ich werde mir die ähm Und um Garen Rüstung zusammenfahren Hallo? Die was? Die hab ich noch ja nicht Ich wundere, wirst du mal drittiger Kriege Ich weiß auch, äh, die, die Rathalos Rüstung, die hat minus 3 gegen Drachen, glaube ich Ja Deswegen haben wir auch, äh, gerade so krass auf die Fresse gekriegt Naja Was bringt den Supermafia? Was bringt den Supermafia? Was bringt den anderen, der stattdessen zu ficken? Alter Kannst du die Quest von dem Soram, äh, annehmen und ich kann dir joinen? Nein Das geht nicht Jägerhund 13 Na, ist das ätzend Boah, der Anjanaz Die Rüstung wäre Weil ich bräuchte Erhüllt die Kraft jeder, der verankt Detonation und fehlende Angriff Und dann braucht jeder, der Angriff und sagt, zum Bezüge Jaja, das ist mir halt so wild Artelegrie bräuchte ich Dadurch mach ich mal Schaden Die Rüstung, die da zum Beispiel hat Das wäre hier die Anjanaz-Rüstung Ich kann irgendein Rüstung noch nicht mal machen Na, nicht mal lange, dann hast du ihn Die einzigste hohe Rüstung ich machen kann, also die höchste Rüstung ist die Sora-Rüstung Wäre die höchste, du hast aber noch andere dazu Ja, die zweite Rüstung wäre Puck, ey Na gut Dann muss man die Fiescher mal entdecken Ich komm jetzt nicht rum, um erstmal mit der Rattel was weiterzumachen Wie meinst du das? Ja, weil ich für alle anderen Sachen keine, ähm, Ausrüstung hab Also keine Materialien hab Ich komm jetzt für alle anderen Sachen nicht, dann ist das Problem Na, machen wir mal Mal so wiec notes Ich bin Fiescher Chan Hilfe Ich bin Fiescher 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 war wort hat johann also bei maler jahre an pucke pucke eine radjahre cool jacke barort dann noch mal eine radjahre das gerade gemacht haben und vergessene fossilen abliefern und würdest nun aber erstmal von einer expedition ins korallenriff halten würde ich nämlich gerne tun um diese knochen aufzusammeln ich werde erstmal ausprobieren ok So So, dann sehen wir das ich brauche ganz dringend die knochen ich brauche nämlich die knochen um die dritte variante der knochen später zu bauen und dann kannst du mich auf die zora waffe drauf gehen ja ich mache mir jetzt die knochenwaffe von mir da hast du knochen laufen lassen knochen laufen lassen knochen laufen sehr gut erst mal knochen fahren ich habe ein mieses gefühl es ist wohl auf der suche nach seiner nächsten mahlzeit und hier ist ein oda gone naja oder gar und schuldigung nicht cool dafür dass ich jetzt noch fahren möchte ist das nicht cool vom belegte beim nächsten knochen laufen ah der verpisst dich wunderbar so die waffe ok affinität minus 10 naja gut das ist halb so wild ich habe explosions schaden und die denn zu machen und bräuchte ich ein einziges teil nur die auf seltenheit acht zu zutremen weißt du was magdaros manos wäre das so was sagten die karte und da oben ist auch noch ein knochenlaufen da möchte ich hin hier ist ein knochenlaufen aber ich muss christ machen ich brauche geld ich will nichts verkaufen ich brauche mal grumme knochen hallo ich brauche mal grumme knochen hallo